Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo AP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xylia. Wir sind gerade mitten im Bosskampf gegen Gelland und Celsius. Und ja, wir machen ihn platt. Also beide. Gucken wir uns erstmal an. Boah, 72. Oh Gott. Heute, äh... Und er, 63. Wart mal. Jude, wo bist du? Wird irgendwie wie Neil aus Tales of Symphony 2 gekleidet. Hoffentlich ist der nicht zu stark. Weil der hat ja nur zwei Kugeln geladen. Au, au, au. Er hat ganz Hunger. Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wer von den Beinen gefährlicher ist. Ach, du Kacke. Ich hab so gefühlt, Celsius ist gefährlicher. Gleese. Was machst du da? Auf damit. Jude, Hilfe. Oh, warum hilfst du mir nicht auf? Ach, wir sind nicht verbunden. Verdammter Dreck. Und bei Celsius war ich ein bisschen überrascht, dass er eine sie ist. Einer sehr typischen Charakter, wo ich nicht am Anfang wusste, wer männlich und erweiflich ist. Aber männlich und erweiflich ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil, als ich Sink aus Tales of the Abyss zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich das auch nicht so genau. Was? Nein. Ihr könnt verbundene Arzt wirken. Ist klar. Au, au. Oh, geil, danke. Oder geil, danke. Können wir die Technik mal ein bisschen aufleveln. Obwohl es eigentlich nichts bringt. Aua, aua. Oh, cool. Ich wollte eigentlich nur Schärfe so von der Lolz einsetzen. So, jetzt bist du dran. Komm her. Zack. Verdammt. Zack. Habe ich nur geschafft. So, jetzt kriegst du eins aus. Maul. Ja, 9.000. Nixer. Nixer. Habe ich nicht getroffen? Gegen die sind keine Schwäche gegen Erde. Nein. Shoot, come in. Verdammt. Das wäre normal angreifen. Nein, Elise. Was machst du denn mit Elise? Nein. Verdammt. Warum machst du das trotzdem eingesetzt, Leia? Äh. Oh, Gott. Äh. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum die nicht ihre Autoobjekte einsetzen. Ich habe es doch eingestellt. Autoobjekte. Verwenden, basieren auf Einstellung des automatischen Objekts. Ja, habe ich doch hier alles auf an. Ah. Apfelgummi. 420. Die setzen die da einfach nicht ein. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht setzt sie ihr Ding ins ein. Ha. Oh, Gott. Sie setzen lieber Ding ins Ess ein. Ihre Zauber. Oh, das war gut. Oh, nein. Oh, oh. Boah. Sack der. Sag, hör auf damit. Sag, wieder du. Oh, oh, oh. Oh, Gott. Hilfe, Hilfe. Auf mich zu verfolgen. Ja, und. Ich bin zumal. Nein, ich bin weg von Elise. Nein, verdammt. Was? Nein. Oh. 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 Mann. Ey, das regt mich ja aber auf. Das hat nicht einsetzen. Warum setzt sie das denn nicht ein? Ich verstehe das nicht. Das macht keinen Sinn. Ron, du kommst raus und du kommst mal rein. Nochmal. Diesmal machen wir Celsius erst mal platt. Das war mehr AP, aber ich glaube, du bist gefährlicher. Deswegen machen wir dich erst mal platt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Gott. Ich will sie ihn an. Wer sie, meine ich. Ich bin nur noch verwirrt ein bisschen. Hey, hör auf damit. Aua, bist du irre, Jude? Nicht mich. Oh mein Gott, wie die Jude auseinandernehmen. So, ich will dich jetzt mal. Nein, das wollte ich einsetzen, Mann. Resistent, verdammt. Schwäche gegen Feuer. Ich habe gerade keine Fall. Nee, da greifst du gerade etwa Elisa an. Sag mal. So, da machen wir mal. Nein, nicht das hier. Doch. So, komm, er zählt so. Verdammter Dreck. Du kannst ruhig mal mich angreifen. Ich weiß, sonst möchte ich nicht, dass sie mich alle angreifen, aber mach mal meine Ausnahmen. Aua, 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 aua. So. Jo, jo, jo. Oh Gott, wir sind gleich wieder tot. Komm, dude. Heil uns mal, heil uns mal, heil uns mal. Dann mache ich es eben selber. Dann mache ich es mir eben selber. Au. Zack. Mann, ich verwechsel schon wieder. Zack. Und. Dumm, 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 dumm. Wie das überhaupt nichts abzieht, irgendwie. Nee, irgendwie nichts. Verdammt. Ha, kriegst mich nicht. Swallow Dance. Wie bitte? Ich kann auch Swallow Dance. Hier. Oh, da ist ein Feuerangriff. Und die anderen fricken gerade. Aha. Oh, geil. Du hast mich wiederbelebt, Juke. Wie geil. Verdammt, ich hätte Schwalbentanz einsetzen sollen. Oh Gott. Oh Gott. Äh, Hilfe. Au. Au. Au, leck mich an. Au, leck mich an. Mann. Voll in sich hat der. Sie. Könnte sagen, was, weil ich bin mir nicht sicher. So, und Feuer. Zack. Aber, bringt's. Dann kam erst mal die Hälfte abgezogen. So, langsam weiß ich hier ein paar gute Angriffe. Oh, das war gut. Zack. 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 Und zack. Wir müssen gerade noch hinterher. Das war geil. Könnte sagen, was ihr wollt. Bam. Aber er zieht irgendwie nichts ab. Mann. Sonst alle irgendwie auf sie. Ja, diesmal habe ich auch krass. Zack. Ich gehe gleich drauf. Hilfe. Der angefangen hat, mehr abgezogen als die Mystiker hat. Hilf mir mal einer. Danke. Au. Was? Wie, Meister? Nichts hier, Meister. Aber Spinne. Ja, dich nehmen wir auch noch mit. Mir geht in ETP aus. Verdammt. Wiese. Und es setzt einfach keiner die verdammten Gegenstände ein. Das war nicht sehr klug. Zack. Ha. So, wo ist Celsius hier? Dich kriegen wir noch in diesem Part hier. Verdammt. Ich Idiot. Du hast dich wegteleportiert. Ich glaube, ich spinne. will ich nicht weg, was ist die Welt? Ja. Ha. 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 Hilfe. Aua, aua, aua. Mein Gott. Wieder. Du musst ein bisschen auf deine Feuerangröpfe setzen. Also, was? Naja, ist gut heute. Ein bisschen Spam. Und es hat nicht getroffen. Und? Komm schon. Das muss jetzt helfen. Ein bisschen, ja. Ich gehe mal noch in diesen Part keiten. Da kannst du sagen, was du willst. Oh, dieser Angriff, ne? Genau, ich sollte vielleicht rohen, ich Idiot. Er kann doch hier automatische... Er kann doch automatische Zauber... Schutz... Hilfe, Hilfe. Nicht auf mich, nicht auf mich. Ich habe dir nichts getan. Noch nicht. Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Elise, warum belebst du niemanden wieder? So, wir haben noch ganz viel von diesen... Wir sind's... Schmankkerl oder wie auch immer. Nein, verdammt. Aber gehst du weg. So, Elise, du hast irgendwie keinen Bock. Aus irgendeinem Grund, deswegen mache ich das mal. Ah! Boah, du willst mich doch verarschen. Was soll ich denn jetzt machen? Äh... Weil alle Karros... Ja, meinetwegen. Ein Omega-Elixier, bitte. Nee, das bringt's jetzt auch nicht. Mann, die sind beide gleich tot. Ich will gleich noch einen Schnitt machen. Boah. Zack. Komm schon, komm schon, komm schon. So, das muss jetzt was abziehen. Ich habe einen erledigt. Ich habe Celsius erledigt. Hä? Hä? Und es hat dann passiert. So. Ähm... Einmal uns hoch. Und... Elvin kommt los auf meinen Kommen. Ich würde sagen, Gilland, oder Gilland, machen wir dann im nächsten Part fertig. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage Tschüss. �� crack, go ihm, du hier, den